Letztes Mal bei Bioshock. Wird man hier eigentlich mal bedient? Versuch doch mal. Vielleicht unternehme ich einfach was. Du verstehst? Der Barkeeper hat gerade Urlaub, Kumpel. Und so geht's weiter. Hatte ich gesehen. Oh. Und jetzt? So, jetzt sollen wir uns hier wehren gegen die. Oh shit. Oh, keine Trigger mehr. Zeit für Schrot. Aua. Ihr werdet mir langsam ein bisschen zu nervig, muss ich sagen. Wo ist er denn? Ach, ich soll der Letzte da werden, oder was? Auf diesem wunderschönen Werk. Ja. Oh Herr. Du heilst die hier nicht. Ah, die wollen sich auch heilen. Gut zu wissen. Aua. Komm her. Schön eingeeist. Und dann kriegst du auch noch eine mit. Das wird eine wunderschöne Symphonie, wenn das fertig ist. Oh. Eine Symphonie des Klippels. Jetzt. Aua. Na, kommt schon. Es werden langsam viele. Just saying. Das werden sehr viele. Ihr könntet langsam aufhören. Unser letztes I verbrauche ich auch gerade hier. Und treffe auch noch nicht. Dabei. Was noch schlimmer ist. Was? Na klar. Ist klar. Dann laden wir doch mal zu. Um zu scale. Weil das ist alles, was wir hier noch haben. Oh, die Bolzen haben wir auch noch gehabt. Ich mag die Armlust. Muss ich sagen. Was müssen wir jetzt noch machen? Ach, der Typ ist abgehauen. Und wir müssen ihn jetzt verfolgen, oder was? Wie schön. Äh. Ach nee. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wenn du rennst. So, dankeschön. Oh fuck, jetzt haben wir echt Probleme. Ich glaube, wir haben keinen Sack mehr für unser Händchen. Nein, nein. Mach bloß einen Traum. Seien Sie kein Freund von uns. Jetzt ganz leise. Sowas von arrogant. Mann, hör auf dich zu bewegen. Da ist eine Taschenlampe dabei. Verkaufsautomat. Oh ja. Dann kaufen wir uns hier noch ein bisschen was. Äh. Und zwar. Bisschen Vereisungszeug. Ist nie schlecht. Äh. Brandbolzen. Hört sich auch geil an. Sechs Stück für 60. Wow. Die kosten ziemlich viel. Äh. Hm. Antipersonen. Autohaiker für 60. Ach du Kacke. Ja, ich glaube das reicht schon wieder. Wollen wir die ganze Kohle für Zeug ausbauen hier. Das kommt mir sau teuer vor. War das früher mal nicht billiger? Oh, nichts drin. Man kommt ja so schwer an Geld. Öffnen. Ich glaube das können wir wahrscheinlich erst öffnen, wenn wir ihn gekillt haben. Leider, leider. Ist mir mal eine ganz starke Vermutung. Äh. Und dann würde ich sagen, verziehen wir uns hier. Endlich. Ich muss da rüber. Die Treppe hoch. Was war da gar gestanden? Verwende die Armbrust gegen irgendwen. Tja. Das ging leider zu schnell. Oder ich habe es zu spät gesehen. Hm. Können wir uns hier was kaufen? Oh ja. Äh. Ich weiß gar nicht was. Insektenschwarm plus. Insektenschwarm hört sich lustig an. Hm. Extra Nutrition. Ja. Insektenschwarm. Ich glaube. Nehmen wir mal. Mehr Biss. Und das ersetzen wir doch den Wind. Und dann holen wir uns noch einen Kampftoniker Slot. Eve Upgrade. Erhöht ihr Maximum Eve. Auch nicht verkehrt. Äh. Ja. Gesundheits Upgrade. Ja. Auf jeden Fall. Ach. Und dann haben wir schon gar nichts mehr. Auf klar. Naja. Immerhin. Lecker Insektenschwarm. Hm. Bienen an der Hand. Jetzt können wir andere auch zum Schreien bringen. Not the beast. Ihr wisst ja. Aha. Kumpel. Oh. Das hat. Ja. Das hat. Das war super effektiv. Wichser Schwein. Müsst du wohl stehen bleiben. Ich bring dich um du Schwein. Boah. So viel Eve haben wir ja gar nicht mehr. Fick. Müssen wir dem nach? Ich glaub. Ah ja. Passt. Wenn das der Typ überhaupt ist. Ich weiß es gar nicht. Jetzt haben wir ihn aber. Aber. Bude da hat er fett Zeug. Hoppla. Aber wir brauchen Eve spritzen. Das trifft sich ganz gut. Autohacker für 80. Willst du mich verscheißern? Wir sollten uns auch mal wieder was bauen. Äh, Foto, ja. So, ob ich es vergesse. Sehr schön. Und das ist der Rodriguez. Achso, der ist hier überall unterwegs, wie es aussieht. Für tote Leute gibt es nichts. Big Daddy. Aber ich höre keine Little Sister. Hallo. Lass dich nicht stören von mir. Ah, jetzt müssen wir das Foto wieder... ...platzieren. Können wir jetzt da runter? Ich würde es mir wünschen, aber... ...ganz ehrlich, so wie das hier aussieht, ist das dicht. Und ich wüsste auch nicht, wie wir das aufbekommen sollen. Hm. Unten geht's weiter. Ja, dankeschön. Kein Schalter in Sicht. Ich habe auch nichts gesehen. Halt, hier ist was. Verbandskasten. Oh. Oh, dann verschwinden wir doch hier wieder. Vielleicht können wir in sein kleines Atelier rein. Jetzt müssen wir noch ein Foto reinhauen. Äh, falsche Richtung. Ich glaube, hier geht's lang. Der Eistunnel. Oh Mann. Aber nicht immer der Eismann konnte uns aufhalten. Wer immer jetzt am Schluss da auch der Eismann war, der wahrscheinlich alles kalt hier macht. Er hat Ihnen jemals jemand gehört, der geschenkt die Sander-Coin. Raptors verdient ist der Musiker. Der Eistunnel. Äh. Bitte? Na dann. Ich freue mich ja so. Unbeschreiblich. Mehr Licht, bitte? Für dieses Meisterwerk. Ach, da bist du, Herr Kumpe. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Es ist... Wunderschön. So schön. Du wirst sehen, dein Weg zu Ryan ist jetzt frei. Richte ihm einen Gruß von Sander aus. Ach ja, du darfst dir eines meiner bescheideneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren worden. Und jetzt... Geh. Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich auszuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Taubungugel zu machen? Sieg zu, dass du nach Ephesus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Guck. Gleich. Ich hole mir das nur noch. Medical Expert. Heilen die Verbandkasten besser denn jeher dann. Nehmen wir mal das Staddem hier. Und das will ich auch erahmen. Können wir das nicht öffnen? Können wir ihn nicht schocken oder so? Hoffentlich war das schlau. Wahrscheinlich nicht. Aber ich will wissen, was in diesem Kästchen ist. Warum hast du... Oho. Hm. Wo ist der Typ hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Hast du deine Meinung geändert? Was ist denn das? Vielleicht können wir ihn gar nicht besiegen. Schauen wir doch mal in sein kleines Eck hier noch rein. Das würde mich noch interessieren. Äh. Das scheint ihm nicht gerade viel auszumachen. Jaja. Du kannst mich mal. Äh. Wie kommen wir denn da hin? Hier rein. Ich glaube, da müssen wir hier die Treppe holen. Und... Nein, ich glaube, wir entfernen uns da gerade. Wie komme ich nochmal hier runter? Hier ist eine Treppe. Ich glaube, wir müssen da runter. Hier rein. In die Fleet Hall. Vielleicht ist das auch ein Fehler, ihn... zu schocken. Aber ich will gerne an sein Kästchen rankommen. Aber... Hm. Was ist hier? Oh, es ist offen. Sehr schön. Ich hätte ein Star am Broadway sein können. Die Sensation von Hollywood. Stattdessen bin ich dir in diesen feuchten Kübel hier gefolgt. Immer wenn du mein Talent brauchen konntest, habe ich es dir geschenkt. Und jetzt verrotte ich und warte auf ein Publikum, das... niemals kommen wird. Ich schreibe etwas für dich, Andrew Ryan. Es ist ein Requiem. Oh, wie schön. Mondscheinabschnitt. Komm schon. Trinke es. Elektrohaut. Verabreche deinem Körper eine Überladung mit Elektrohaut. Dem Optimum im Bereich der elektrischen Verbesserung. Schütze dich vor jeglichen Schäden mit unserer neuartigen... E.H. Sorry, keine Ahnung, was E.H. heißt. Sie nehmen weniger Schein auf Elektrizität. Sie fügen bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Hm. Wäre nicht schlecht. Benutze ich eigentlich relativ oft, muss ich sagen. Mir geschehen! Das Elektrohändchen, deswegen... Ich wollte ja ein Starwärts. Ich wollte ganz nach oben. Ja, ja, das wollen sie alle. Das sagt doch jeder. Hm, jetzt verschwinden wir hier mal aus diesem... Jesus Musik. Das ist gut. Ne, der hat nicht so viel. Ich vermisse, wie ich mir im Schaden mache. Gar nicht. Geht das überhaupt? Ich glaube, wir haben uns übernommen mit ihm. Erledigen die ihn? Hey, die haben... Er kriegt Schaden. Hol doch ihn euch. Oh ja, er kriegt doch Schaden. Wir können ihn doch fertig machen. Oh, nichts mehr da hinten. Schön geschockt. Das war's mit dir. Oh, Schlüssel für das Kästchen. Das wollte ich haben. Sehr schön. Tja, die Show ist vorbei, schätze ich mal. So. Ganz ruhig. Schauen, was hier drin ist. 96 Dollar Brandbolzen, Preis. Blei... Okay. Splicer Organe. Ey, warum können wir die nicht nehmen? Achso, sind wie Verbandskästen. Okay. Ah, Moment, dann können wir ja noch einen essen und dann... Ganz ruhig. Gleich ist es vorbei. Nur eine kleine Elektrobehandlung und dann spürst du schon nichts mehr. Ho, ho, ho. Ihr müsst mir verzeihen, das ist Rapture. Das sind die Plasmide. Wir sind schon total verspliced. Und unser Kopf auch. Äh, wir müssen jetzt hier hoch. Hm. Okay. Wer sagt, ich muss, äh, hier ganz hoch, um zurückzukommen und dann... Stimmt, der Eisgang ist der falsche Gang. Es gibt noch eine Little Sister. Oh. Passt ja perfekt. Ähm... Bloß etwas vorbereiten vielleicht. Wäre es noch mit ein paar Bolzen. Ich will jetzt schauen, wo sie lang gehen. Dann können wir nämlich die Bolzen auslegen. Oder eigentlich können wir ihn anschießen und dann... Äh, ja. Sehr schlau. Bolzen ausgelegt und selber reingegangen. Ähm, ich möchte ihn ankriehen können, bei Bedarf. Und dann nehmen wir noch die Panzerbrechenden. Oh ja, ich bereite mich vor. Hm. Man glaubt es kaum. Und ich haut das dann auch so gut hin. Hoppla. Und dann nehmen wir noch den Explosivschrot. Der schmeckt ihm bestimmt. Und dann kann die Party eigentlich auch schon losgehen. Vielleicht auch noch für ein Foto. Bringt das was? Ich hoffe. Ja, ein bisschen. Jetzt haben wir freies Schussfahrer. Schussbahn würde ich sagen. Erhöhter Schaden. Bouncer sind anfällig für Panzerbrechende Muni. Ja, schön. Äh. Strom. Und dann würde ich sagen... Nein. Die Armbust. Oh, die hat ihm ja Schaden gemacht, ne? Das ging gut. So. Kümmern wir uns mal um dich. Und dann ziehen wir weiter. Die Armbust. Untertitelung des ZDF, 2020